Klein Greta bekommt von Kla.TV-Gründer Ivo Sasek etwas Nachhilfeunterricht. Denn die gleichen Drahtzieher, die uns wegen Gesundheit und Klimarettung immer teurere Feinstaubfilter aufnötigen und den Bauern die Kühe wegnehmen, weil die zu viel furzen, befördern jährlich Millionen Tonnen Aluminiumfeinstaub in unsere Luft und allerlei sonstige hochgiftige Nanococktails. Gleichzeitig missbrauchten diese Drahtzieher mit militärischen Harbanlagen unserer Ionosphäre, um diverse Erdbeben, Dürren, Stürme und Überschwemmungen etc. auszulösen. Während Wikipedia und Co. solches hartnäckig leugnen, geben Geoengineering-Patente offen zu, dass Harbanlagen im Verbund mit Millionen Tonnen Nanococktails sogar ganze Tsunamis auslösen und jedes Klima schädigen können. Heute habe ich eine wirklich gewichtige Warnung an alle freien Aufklärer, und zwar was den menschengemachten Klimawandel betrifft. Bis vor kurzem konnte ich noch nicht verstehen, wie eine halbe Welt auf die Klimaparolen einer Greta Thunberg abfahren konnte, während es doch diesem damals erst 15-jährigen Kind direkt ins Gesicht geschrieben stand, dass diese neue Klimazwangsreligion doch unmöglich ihrem eigenen Kopf oder Verstand entsprungen sein konnte. Jedermann unter diesem Himmel musste doch sofort einsehen, dass hier bis dato lediglich ein armes, krankes Menschlein von einer mächtigen Elite instrumentalisiert und für deren Zwecke missbraucht worden ist. Was ich bislang aber fast noch weniger begreifen konnte, war, dass so unsagbar viele, doch ganz offensichtlich kerngesunde Kinder oder Jugendliche und auch Erwachsene, sich samt diesem missbrauchten Mädchen haben instrumentalisieren lassen. Zumindest diese normalen und denkfähigen Menschen sollten doch durchschauen können, und so dachte ich, dass sie hier von den ganz grossen Abzockern bloß instrumentalisiert werden. Überdies dürfte es doch kaum einem vernünftigen Menschen entgangen sein, dass es immer ein und dieselben Machtmissbraucher sind, die unsere schöne Welt auch ständig mit ihren strategisch geschürten Finanzkrisen kriegen und allerlei Plandemien und selbstgemachten Krisen überziehen. Uns alle tyrannisieren damit, uns ausblühen, schrittweise in die Versklavung zwingen. Seht ihr doch erst, nachdem wir mit Kla.TV schon viele Dokus gegen diese sektirische neue Klimareligion gedreht hatten, ist mir ein Licht aufgegangen. Hochbrisante, uns zugespielte Dokumente haben mich nämlich davon überzeugt, überführt, dass wir von Kla.TV uns nicht minder haben instrumentalisieren lassen. Und zwar von ein und denselben Krisenmachern, von denen wir hier gerade reden. Schlagartig ging mir auf, dass es weder Dummheit noch Ignoranz ist, die die Menschenmassen auf diesen Klimawahn abfahren lassen. Es liegt nämlich vielmehr an der diabolischen Schleue dieser Klimaflüsterer, die ganz genau wissen, wie man uns allesamt entweder in Unwissenheit behält oder dann geschickt auf Nebenschauplätze manövriert, wo wir uns dann gegenseitig mit wirklich wahrsten Argumenten und Gegenargumenten die Köpfe einschlagen können. Ich erkläre euch darum jetzt, in welcher Weise auch wir von Kla.TV uns von diesen Klimakriminellen haben instrumentalisieren lassen und was wir nun daraus gelernt haben. Es ist nämlich so, dass auch wir, auf deren Taschenspieltricks, nenne ich es mal, hereingefallen sind. Und wie das, fragst du? Ganz einfach. Indem wir der ständigen Behauptung, der Klimawandel sei durch uns Menschen herbeigeführt worden, mit ranghöchsten Klimatologen und Wissenschaftlern widersprochen haben. Diese haben mit den allerbesten und überzeugendsten Beispielen dargelegt, dass es schon seit Jahrtausenden einen ganz natürlichen Klimawandel, ein ständiges Auf und Ab und Hin und Her von Temperaturen, von Winden, von Wetterlagen usw. gibt. Und wisst ihr, das ist und bleibt so korrekt. Aber je überzeugender wir beweisen konnten, dass der Klimawandel unmöglich menschgemacht sein kann, desto mehr haben wir diesen Klimakrisenmachern direkt in die Hände gespielt. Nun wirst du mich natürlich fragen, wie denn das? Was könnte denn nützlicher sein, als die Einsicht, dass wir Menschen bestenfalls einen Einfluss von 0,000 irgendwas Prozent auf das Klima haben können? Was denn? Damit wäre doch eindeutig belegt, dass, ich sage mal, Gretchen nur Schwachsinn verbreitet hat. Und seht ihr genau, dieses ständige Hin und Her, dieses Kräfteringen auf dieser viel zu niederen Ebene, ob der Klimawandel nun menschgemacht oder nicht menschgemacht ist, das ist der absolut gewollte Nebenschauplatz, auf den uns diese schlauen Klimafüchse hinmanövriert haben. Versteht ihr? Was mir aber erst diese Tage durch die Einsicht in hochrangige Wettermanipulationspatente klar geworden ist, ist eben die Tatsache, dass viele der gegenwärtigen Veränderungen unseres Wetters und Klimas eben doch menschgemacht sind. Aber jetzt passt auf, eben nicht von ahnungslosen Menschlein wie dir und mir, sprich von dem Volk auf der unteren Ebene oder untersten Ebene, sondern durch skrupellose Menschenfeinde auf oberster Ebene, auf höchster Ebene. Also weder durch unsere Heizsysteme noch durch unsere Autoabgase oder Industrien geschieht das Ganze. Und natürlich schon gar nicht durch irgendwelche Kuhfürze, denen man dann obendrein noch die Ozonlöcher anlastet. Nein, in zahllosen Patenten, die es schon übrigens seit vielen Jahrzehnten gibt, kann man mit eigenen Augen nachlesen, dass durch Geoengineering, sprich verschiedenste Wettermanipulationstechniken, unter anderem Ozonlöcher verursacht werden. Aus den Patenten dieser Wetterwaffen wird aber darüber hinaus ersichtlich, dass sie tatsächlich auch noch Erdbeben, Flutkatastrophen, Dürren, Schneestürme, Blitze mit und ohne Donner oder Hitzewellen, Kälte, Sturmwände bis hin zu Tornados verursachen können. Ja, sogar Tsunamis werden dort aufgeführt in diesen Patenten, die zu jenem Zeitpunkt ja noch kein Mensch kannte. Und alles Mögliche, was wir in den vergangenen Jahrzehnten sonst noch so alles Grauenhaftes erleben mussten. Im hintereingeblendeten offiziellen US-Patent wird genau beschrieben, wie man mit höchst gefährlichen elektromagnetischen Harpwaffen auch Hitze oder Brände erzeugen kann. Ihr findet unten im Textanhang zahlreiche weitere nummerierte US-Patente. Wisst ihr, ich kann sie hier der Fülle wegen noch nicht einmal herunterlesen, geschweige denn ansatzweise abhandeln. Und beim Durchsehen verschiedenster solcher Patente wurde ich auch darüber aufgeklärt, dass solche Patente sehr, sehr viel Geld kosten und nur dann erteilt werden, wenn die angemeldeten Techniken auch wirklich funktionstüchtig sind. Weiter musste ich feststellen, dass die allermeisten Wettermanipulationspatente militärischen Ursprungs sind. Und das war ja auch der Grund, warum man schon in den 60er Jahren viele Gesetzesvorlagen erarbeitet hatte, dass diese Wetterwaffen eben nicht für kriegerische Zwecke eingesetzt werden dürften. Was für ein Widersinn, versteht ihr? Und dann, allein zwischen 1947 bis 1978, wurden schon 110 Wettermanipulationsprogramme vom US-Kongress genehmigt. 1962 meinte Lennon B. Johnson That will permit man to determine the world's cloud layer and ultimately to control the weather and he who controls the weather will control the world. Doch dann sah ich all diese Zahlen, wie viele Millionen Tonnen Nanofeinstaub bis hin zu Rußpartikeln regelmässig in unseren Lufthimmel gepumpt werden. In den 70er Jahren hat die US-Air Force hierfür den Begriff Cametrails kreiert. Wisst ihr? Und als dann erste freie Aufklärer Wind von diesem heimlichen Verbrechen gegen die Menschheit bekommen haben, hat die CIA höchstpersönlich sofort damit begonnen, diese Menschen zu Verschwörungstheoretikern zu diskreditieren. Und so kam es dann, dass alle, die dieses hochgiftige, diese alle naturzerstörenden Streifen und Vernebelungen des Himmels angezeigt hatten, über Jahrzehnte hinweg von allen Seiten als Spinner, ja, mit Vorliebe sogar als Nazis natürlich, und Verschwörungstheoretiker erniedrigt hat. Aber noch 2008, als Werner Altnickel bei der ersten AZK hunderte Beweise von solchen Cametrails-Einsätzen im Zusammenhang mit HAARP und der Mikrowellentechnologie vorgelegt hatte, hielt der Ansturm gegen ihn und gegen alle diesbezüglichen Zeitzeugen nicht nur an, sondern nahm erst recht noch an Fahrt auf. Wisst ihr, und erst nachdem dann tausende unwiderlegbare Beweise die Öffentlichkeit erreicht hatten, haben nicht nur Wikipedia, sondern auch plötzlich allerlei staatliche und wissenschaftliche Webseiten offiziell zugegeben, dass die Cametrail-Technologie schon seit vielen Jahrzehnten existiert. Nur, dass man sie dann abgleich konsequent nur noch Geoengineering nannte. Dieses plötzlich allgemeine Einlenken unter Verwendung des neuen Fachbegriffs hat darum die Aufdecker der Cametrails keineswegs etwa entlastet, gerechtfertigt oder gar deren geschädigten Ruf rehabilitiert. Ganz im Gegenteil. Man hat sie jetzt nur umso mehr in die Ecke der Verschwörungstheoretiker gedrückt und einfach stur behauptet, bei Geoengineering werden eben nicht schädliche Substanzen versprüht, sondern nur nützliche Wettermodifikationen zum Wohl der Menschheit ausgeführt werden. Und so wurde das Narrativ geprägt, dass man damit eben nur das Beste der Menschen im Auge hat. Was aber aus vielen dieser aufgeflogenen Patente jetzt glasklarer vorgeht, ist das bare Gegenteil. Unten im Anhang des Sendungstextes findet ihr viele Quellen auch zu absolut verheerenden Gesundheitsschädigungen, die durch Geoengineering verursacht werden. Das Schlimmste aber ist, dass genau diese gewaltigen und alles vergiftenden Eingriffe eben tatsächlich doch Wetter und Klima verändern können. Und obgleich es ja so etwas wie ein Weltklima gar nicht geben kann, verändern diese Giftcocktail-Sprüheinsätze im Verbund natürlich auch mit Hochfrequenzen von HAARP, 5G, 4G, Smart-Technologie usw. völlig unwiderlegbar die verschiedensten regionalen Klimata der Erde. Was also bislang als bitterböse Verschwörungstheorie verunglimpft wurde, hat sich nun als ein Wald von etwa ungefähr 1000 patentierten Wettermanipulationstechniken entpuppt. Und zwar die schon seit Jahrzehnten ohne jedes Wissen, geschweige denn Mitspracherecht der Völker, gnadenlos eingesetzt werden. Einige Patente zur Wetterbeeinflussung wurden schon vor über 100 Jahren eingereicht, wisst ihr. Dann auch bewilligt und unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, sagt man, eingesetzt. Ich sage es wahrscheinlich schon vorher. Ihr findet im Anhang, auch das im Sendungstext unten, eine ganze Liste von solchen Patenten mit Quellenangaben und weiteren Links zu vertiefenden Dokus dieses Themas. Jetzt laut Geo-Engineering-Experten, den Wiginton werden selbst Zyklone und Hurricanes manipuliert. Auch Wirbelstürme, Manipulationen werden also mit absoluter Sicherheit durchgeführt. Das US-Militär ist seit mindestens 1947 mit Orkanmanipulationsprogrammen beschäftigt. Und zwar bis zum heutigen Tag. So ist es. Und auch wieder laut Dane Wiginton ist Klima-Engineering dabei der nachweislich grösste kausale Einzelfaktor in Bezug auf die immer zahlreicher auftretenden Waldbrände. Und während man uns in aller Welt immer mehr und immer teurere Feinstaubfilter aufzwingt, um quasi klimaschädliche Rußpartikel von Dieselfahrzeugen und so weiter einzudämmen, pochen Geo-Ingenieure wie Dr. David Kies und Dr. Ken Caldera darauf, dass jährlich bis zu 20 Millionen Tonnen Aluminium-Nanopartikel in den globalen Himmel zu blasen seien. Habt ihr das gut verstanden? Seit längster Zeit werden jährlich viele Millionen Tonnen solchen Zeugs bis hin zu Rußpartikeln und zahlreich tödlichen Chemikalien in Form von Nanopartikeln in den Äther geflogen. Auch all diese verursachen natürlich mit der Verschwefelung und dergleichen zusammen den sogenannten sauren Regen, der seit Jahrzehnten gnadenlos unsere gesamte Vegetation zerstört. Jede Aufklärung solcher Art wirkt aber leider völlig unglaubwürdig. Dies nur schon deshalb, weil über die Mittätermedien mantra-mässig behauptet wird, dass all solche Wetter- und Klimawaffen niemals eingesetzt würden. Stattdessen begleiten sie des Nachts lieber vermummte Terroristen, die im Namen des Klimaschutzes Tausende von Fahrzeugen sabotieren, in die Luft ablassen zum Beispiel. Sie unterhalten sich vor laufenden Kameras freundlich mit ihnen und verschleiern sogar nach deren Stimmen, wenn sie antworten und ihre Wut gegen die Autoklimasünder rauslassen. Und wisst ihr, obgleich die Polizei nach diesen Terroristen fahndet, werden sie von den Mainstream-Medien mutwillig gedeckt statt aufgedeckt. Ich frage, machen wir uns nicht mitschuldig, wenn wir solchen Mainstream-Verbrechern weiterhin unsere Zwangsabgabegebühren abliefern. Mit unseren Geldern decken sie doch ganz offensichtlich, die wahren Klimazerstörer und Völkermörder. Versteht ihr? Dies tun sie mutwillig, auch durch mantra-mässige Behauptung, dass doch keine Regierung der Welt ihre Bürger absichtlich und oben rein noch unbemerkt schädigen würde oder könnten. Und das so eingehämmerte Narrativ haben wir jetzt im Kopf drin. Aber zahlreiche Dokumente und Fakten belegen leider das wahre Gegenteil. Zum einen gibt es eine ganze Reihe aufgeflogener Erdbeben und Umweltkatastrophen, die durch aktivierte Wetterwaffen zustande gekommen sind. Wisst ihr, bereits in den 50er und 60er Jahren mussten die ersten solchen Terroranschläge auch offen eingestanden werden. Allerdings ohne jedes erleichternde Nachspiel für die missbrauchte Weltbevölkerung. Und jetzt hier nur gerade einmal der Anbruch bzw. die Spitze dieses abscheulichen Eisberges. Seit 1945 haben weit über 2.100 aufgedeckte Atombombentests mit Sicherheit für einen menschgemachten nuklearen Klimawandel gesorgt. Zusammen genommen hatten schon allein die 520 dieser in Wikipedia verzeichneten nuklearen Explosionen Hör zu, einen Detonationswert, der 45'000 Mal stärker war als etwa die Wucht der einen Atombombe auf Hiroshima. Anders gesagt, Hiroshima wurde durch irrsinnige Wissenschaftler und Kriegstreiber seit 1945 weitere 45'000 Mal allein in der Atmosphäre und auch unter Wasser wiederholt. Nur fehlen in dieser Rechnung leider noch immer mindestens 1680 weitere entdeckte nukleare Explosionen, ohne jede Dunkelziffer bis dahin, sodass Hiroshima sogar über 100'000 Mal wiederholt worden sein dürfte. Versteht ihr, wovon wir hier gerade reden? Aber unseren Bauern nehmen wir gerade die Kühe weg, weil sie angeblich zu viel furzen und dadurch Land, Wiesen und Klima schädigen sollen. Versteht ihr? Wir gehen chronologisch weiter. 1952 führte das Projekt Cumulus in Großbritannien zu einer Megaflutkatastrophe mit Dutzenden Toten. 1962 bis 1961 wurden mit dem Projekt Stormfury Hurricanes verursacht und gezielt gelenkt. Alles bewiesen, alles zugegeben. 1967 bis 1972 provozierte das Projekt Popeye gigantische Niederschläge in Vietnam, die gezielt dann die Versorgungswege der Vietkongs verschlampt und abgeschnitten haben. Alles passiert. Seht ihr? Und all das liegt jetzt schon weit über 50 Jahre zurück. Unsere Generation wurde überdies mit zahllos weiteren Überschwemmungen, mit Tsunamis, mit Erdbebengeschichten und dergleichen heimgesucht. Unsere verlogenen Mainstream-Behauptung, niemals würden irgendwelche Regierungen ihre Völker bewusst oder gar noch unerkannt schädigen können. Verweise ich nochmals auf unseren Dokufilm «USA – Giftversuche an der eigenen Bevölkerung» vom 24. Januar 2024. Denn auf 1994 sind weitere gross angelegte Völkerexperimente in den USA aufgeflogen. Die unfreiwilligen Testobjekte waren hier US-Bürger, Städte, ganze Grossstädte. Militärflugzeuge haben sie gezielt über lange Zeiträume hinweg mit ihren Giftcocktails übersprüht. Warum? Weil das Militär angeblich sehen wollte, was passiert, da Kampfstoffe ja eben erprobt werden müssen, bevor sie beim Feind zum Einsatz kommen. Ist das nicht Wahnsinn? Selbst eine Grundschule mit Kindern wurde drei Monate lang gezielt täglich mit Zinkkadmium-Sulfid übersprüht. Die Folgen waren einfach nur grausam. Die Hälfte einer ganzen Schulklasse war tot, die andere Hälfte erlich schwerste Krankheiten, Sterilisationen unter anderem, Behinderungen. Die Opfer haben selber später schwerstbehinderte Kinder auf die Welt gebracht. Die Regierung hat dabei angegeben, dass die Flugzeuge nur unschädliche Chemikalien versprüht hätten. Aber die Messungen haben ergeben, dass unter anderem eben Zinkkadmium-Sulfid versprüht wurde. Also genau solche Giftstoffe, die seit Jahrzehnten, wie bereits erwähnt, unter vielen anderen, werden auch weltweit insgeheim über nahezu allen Ländern der Welt millionentonnenweise versprüht werden. Das war jährlich. Jährlich. Und seht ihr, diese Klimazerstörer und gigantischen Schandtäter haben schon von allem Anfang an uns, den ahnungslosen Völkern, die Schuld für ihre weltweiten Boden- und Gewässerverschmutzung in die Schuhe geschoben. Wie aber das, fragst du? Indem sie uns verklagen, schädliche Shampoos und Pflegemittel und dergleichen zu verwenden. Gleichzeitig versprühen sie aber fortlaufend, Jahr für Jahr, weitere zig Millionen Tonnen unsagbarer Giftcocktails über die ganze Welt, sodass mittlerweile keine Region der Erde mehr von diesen Versäuchungen verschont geblieben ist. Und durch diese Sprühflüge, und das im stärksten Verbund mit 4G, 5G, Mobilfunkbestrahlung, sterben dann allerorts die Bäume, die Bienen, die Insekten, folglich auch die Vögel und, und, und ab. Versteht ihr? Aber auch all unsere Gewässer und Böden werden durch Geoengineering ständig hochgradig mitvergiftet. Im US-Patent 9924640 werden Boeing-Flugzeuge umgerüstet, umfunktioniert. Warum? Um Ladungen von jeweils 25 Tonnen sandartigen Nanopartikeln in 18'000 Meter Höhe zu bringen. Und diese Partikel bleiben dann bis zu zwei Jahren in der oberen Atmosphäre hängen, dann aber rieseln sie alle lautlos auf unsere Äcker, unsere Gärten, Wiesen, Seen, Wälder, Flüsse, alles nieder. Jetzt kommt es noch dicker. Überdies verkauft die von Hochgradfreimauern gegründete NATO ihren Treibstoff, den JP8, längst zu etwa 90% an die Zivilluftfahrt, sprich an fast alle grossen Flughäfen der Welt. Und auf diesem Weg geschieht wieder ein und dasselbe. Versteht ihr? Wir dürfen hier an dieser Stelle nie vergessen, dass die verborgenen Drahtzieher dieser weltweiten Sprühaktion, ich meine die ganz oben drin jetzt, die wollen die Weltbevölkerung ernsthaft auf 500 Millionen herunter reduzieren. Und das haben sie auf ihren 120-Tonnen-Monumenten, den berühmten Guidestones, in acht Sprachen eingrafieren lassen. Das sollte es bloßer Zufall sein, dass die an uns verkauften NATO-Treibstoffe wieder etliche genau gleiche oder ähnliche hochgefährliche Stoffe und Additive enthalten. In diesen wohlbemerkt militärischen Treibstoffen wurden nämlich höchste Mengen, hör zu, an Aluminium, Barium, Beril, Blei, Kadmium, Chrom, Kobalt, Eisen, Kupfer, Molybdän, Natrium, Nickel, Strohzium, Titanium, Vanadium, Zink, Zinn, seht ihr, alles nachgewiesen, so wie die Oxide dazu, dieser Metalle und weitere giftige Stoffe. Ich kann das nur aufzählen hier. Seht ihr, und da haben wir es wieder. Tragt bitte darum Transparente durch die Strassen und durch die Klimademos, auf denen steht, NATO-Treibstoffe in unseren Flugzeugen sind Klimakiller. Oder auf denen steht, Blei, Strontium und Eisenoxid töten uns. Oder das Versprühen von jährlich zig Millionen Tonnen Aluminium-Nanopartikeln bis hin zu Kohlefeinstab in die Atmosphäre ist nicht nur massiver Völkerbetrug, sondern auch hinterhältiger Völkermord. Alles bisher Genannte war also menschgemacht, versteht ihr? Nie wieder werden wir darum mit Kla.TV behaupten, dass der gegenwärtig angeprangerte Klimawandel gar nichts mit Menschen zu tun hat oder von Menschen verursacht wird. Wir werden nun aber fortan allen Greta Thunbergs dieser Welt etwas Nachhilfeunterricht erteilen, indem wir inmitten der Klimawahnveranstaltungen unsere eigenen Banner hochhalten. Und auf denen wird stehen, welche Menschen genau auch all diese Klimakatastrophen mit welchen Mitteln auslösen. Versteht ihr? Wir werden Greta und deren kindlichen Nachfolger vor laufenden Mainstream-Kameras allerorts darüber aufklären, wer die wahren Klimasünder sind. Und wir halten unsere Transparente hoch, wo draufsteht, wer zum Beispiel genau jährlich diese 10 Millionen Tonnen Aluminium-Feinstaub und so weiter in unsere Atmosphäre pustet. Und welche genauen Auswirkungen dies auf unsere menschliche Gesundheit hat, seht euch die Krankheitslisten übrigens unten im Sendungstext an. Ich sage euch, da packt euch der blanke Schauder. Ich fordere hiermit auch alle freien Aufklärer und Fachleute dazu auf, es uns gleich zu tun. Seht ihr, wir haben uns immer wieder gefragt, wie man am besten jene Menschen aufklären kann, die noch nicht aufgeklärt sind. Und dann haben wir uns dazu hinreissen lassen, irgendwelche kleinen Briefkassenaktionen zu machen, wo wir unsere Traktate oder was auch immer da reingeworfen haben. Und quittiert wurden solche Einsätze, meist mit Protest der passiv ahnungslosen Bevölkerung, die solches nämlich weder hören mag, noch irgendwelche diesbezüglichen Fragen auch nur schon gestellt hat. Wenn wir aber alle zu diesen Demonstrationen gehen, Friday for Futures und so weiter, und dort unsere Banner hochhalten, um die Schuldigen dieser Klimakrise mit Namen anzuprangen und gerechte Strafe für sie einzufordern, dann könnten wir die Wut dieser wirklich hochinteressierten Massen möglicherweise noch in letzter Minute auf die wahren Verursacher umlenken. Versteht ihr? Die wahren Verursacher müssen dringendst öffentlich angeklagt werden. Und damit würden wir dann eben genau wieder die gleichen Übeltäter treffen, die auch schon hinter der Covid-Pandemie gestanden haben, noch stehen, die aber auch verantwortlich waren für die meisten Kriege der vergangenen Jahrzehnte, natürlich auch der gegenwärtigen, aber auch für alle bewusst herbeimanipulierten Finanzkrisen und so weiter. Weil es sind immer ein und dieselben Eliten aus der Hochgradfreimaurerei, sprich dem Satanismus, die all diese gegenwärtigen Paniken und dergleichen schüren. Es sind immer dieselben, die all diese Weltkrisen verursachen, um aus denselben dann wieder möglichst unsägliche Profite und persönliche Machterweiterungen zu generieren. Ich sage, helft uns bitte mit, all diese wetter- und klimazerstörenden Hintergrundmächte mit Namen aufzudecken, indem ihr auch Sendungen wie diese wieder fleissig unter die, ich sage mal, auch erweckten Klimakämpfer in aller Welt verbreitet. Kommt mit uns zusammen zu den Klimademonstrationen und haltet eure selbst entworfenen Transparente mitten in die Mainstream-Kameras. Seid immer vor den Kameras dort. Nicht nur Greta Thunberg und die mit ihr fanatisierte Jugend, sondern auch sämtliche besorgten Menschen dieser Welt sollen wissen, wer genau diese vielen Millionen Tonnen, welchen tödlichen Giftes in die Atmosphäre einfliegt, um uns betrogenen Weltbürgern dann die Schuld für all diese Umweltzerstörungen in die Schuhe zu schieben. Wisst ihr, dass das Krasse hierbei ist? Es muss auch noch gesagt werden, dass dieselben Weltverschwörer uns dann auch noch tüchtig mit allerlei Klimaabgaben und Klimabussen abzocken. Auch die international ausgerufenen Klimaziele im Verbund mit der Agenda 2030 verraten uns doch klar und deutlich, dass insbesondere ihr geschürter Klimawahn zur Abzocke der grössten Tribute aller Zeiten führen werden. So wir, sage ich, diese Irrsinnigen nicht jetzt stoppen. Denn durch diese uns alle verklagende Grundhaltung verstecken sich diese Völkermörder auch noch geschickt hinter uns. Versteht ihr? Alles, was sie selber tun, dichten sie einfach uns an. Das ist ihre uralte Strategie übrigens. Eine Strategie des barren Teufels nebenbei bemerkt. Vergesst darum bei alledem nie, dass all dies, was wir hier reden, unverjährbare Schwerstverbrechen sind. Und weil sie durch ihre eigenen Mainstream-Medien alles dann decken und schönreden und überdies durch ihre Internetplattformen zunehmend jede Offenlegung zensieren, müssen eben auch all deren Vasallen als Mittäter entwaffnet und hinter Schloss und Riegel gebracht werden. Auf unseren Bannern, die wir künftig zu Greta und Co. hintragen, soll darum auf einen Blick, auf den ersten Blick ersichtlich sein, wie viele zum Beispiel Harpanlagen es weltweit gibt. Und wer alles genau diese Wetterwaffen, mit diesen Wetterwaffen unsere Jonosphäre hochkocht und bombardiert, um hier unten Kataklysmen jeder Gattung auszulösen. Die Weltbevölkerung muss diese Massenmörder auffliegen lassen. Sie muss sie anzeigen und alternativlos hinter Gitter bringen. Sonst ist es schlecht um uns bestellt. Wenn sich aber bei all der vielen Aufdeckung auch weiterhin keine Justiz für die geschädigte Weltbevölkerung einsetzt, ja noch nicht mal irgendeine Restjustiz, dann nötigen sie damit die schuldslos gewordenen Völker dazu, sich neue Wächter und Richter zu erwählen, die zu ihrer Lebensverteidigung wieder da sind. Ja, dann, sage ich, hat sich Justitia durch ihre Dienstverweigerung selber disqualifiziert und die Welt dazu genötigt, auch neue, unentgeltliche Gerichte ins Leben zu rufen und zu bevollmächtigen. Seht ihr, unentgeltlich, sage ich, denn die neue Welt ist ohne Geld. So wird es gehen. Ich bin Ivo Sasek, der seit 47 Jahren vor Gott steht. Ich bin Ivo Sasek, der seit 47 Jahren vor Gott steht. Ich bin Ivo Sasek, der seit 47 Jahren vor Gott steht.